Hey und willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Minecraft Minigames zusammen mit Paluten, hallo! Hi! Hi, und du siehst immer noch sehr ungesund aus, also wirklich. Was heißt denn hier ungesund? Ja, jetzt hättest du so einen grünen Smoothie getrunken und dich damit eingerieben. Ja, ich hoffe aber auch, Alter. Ich hab mit dem Smoothie gepadelt. Aber weißt du, solange du dein charmantes Lächeln nicht verlierst, ist alles gut. Okay, wir spielen eine Runde Tryjump. Wollen wir Teamvariante spielen, natürlich, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bist du mitgekommen? Ja. Okay, ich bin noch ein bisschen nervös. Alter, hier bin ich ja nochmal, ey. Ja. Krass, der Typ, Alter. Das ist... Jaaaa! Warte mal, aber bei dir sieht das jetzt so aus, als würde ich, als würde ich dein Blut hier... Ja. Okay, ne, das möchte ich nicht. Also, ganz ehrlich. Was ich auch mal ganz gerne mache, ist mich hier oben reinstehen und die Leute verwirren, dann stehe ich hier auf Platz 1. Alter, der glorreiche Pergi. Ja. Das, Herr Bergmann, Platz 1 Tryjump. Krass. Ich war's mal ne Zeit lang. So, weißt du was lustig ist? Ja, als es noch in der Alpha-Phase war und wieder ein Spiel... Hey, hey, das stimmt so nicht. Na komm, das ist kein Diss, aber hier auf Platz 1 zu sein, da musst du schon echt richtig krass rocken, oder nicht? Ich hab zwei übrigens gewonnen. Zwei Spiele gewonnen? Ja. Ja. Okay. Hab aber nur einmal gespielt. Okay, aber noch ein bisschen was, ne? Du, wir müssen jetzt eine gute Punkt sein, du bist mein Teampartner, ne? Also bitte strebe dich hier auch mal ein bisschen an. Okay. Weil ich hab mir deine Folgen angeguckt und das war ja desaströs, also... Was? Ich war gut. Ich hab mir Mühe gegeben. Ach, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Es gibt übrigens neue Module. Das hatte ich, glaub ich, letztes Mal schon angekündigt, aber auch für dich nochmal so als Info. Und, äh... Oh Gott. Aber ich steh mich hier grad schon wieder ein bisschen blöd. Will nicht nervös werden. Ich bin noch nicht über das erste Modul hinaus. Vielleicht bin ich eher das schwächste Glied von uns. Oh, jetzt hab ich endlich mal das eine Modul hier, das ist gut. Hab ich immer ganz oft gesehen, hatte ich aber selber noch nie. Oh, ich bin gestolpert, Pergi. Äh? Echt? Ich weiß nicht, was da los war, ja. Welches eine Modul meinst du denn? Das Haus? Äh, nee, wo man so... Ach, das ist Pac-Man, okay. Ja, genau. Das fand ich, das sah immer ziemlich nice aus, weil man immer so links und rechts ausweichen musste. Ich hatte allerdings... Was ist los, Pergi? Ich bin dreimal runtergefallen, ohne es einmal zeigen zu können. Das ist ja nicht schlimm. Nein. Es geht ja um den Spaß. Es geht um den Spielspaß, das sag ich jedes Mal. Ausschließlich um den Spielspaß. Außerdem sollt's ja auch nachher raus... Ich hab das... Was ist denn Hummel-Dumm? Hummel-Dumm? Äh, das ist ein Hummel, glaub ich. Aber wieso ist die dumm? Ähm, das hat Jock gefragt, ehrlich gesagt. Kann man immer das Kind da draußen ein bisschen ruhig stellen? Entschuldigung? Es schreit so ein Baby. Nee, es ist kein Baby, es ist ein Kind. Da gibt's ein Eiswerkmittel, Palle. Schläge. Ja. Das ist ja nicht meins. Ja, gerade des ist er gerade da. Gerade des. Ah, wegkomm's, Alter. Was? Nee, ich hab zu dem Kind jetzt gesagt, Mann, also wegkomm's. Nicht zu dir. Du musst dir mal die, 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 die Kiez, die Kiezer-Bäckschelle zeigen. Ah, die... Ne, das ist die Kiez-Rückhand. Oh, das... Hier stößt man sich wieder den Kopf. Oh, ich hab's geschafft. Okay. Jetzt nicht noch mal runterfallen, Piddle. Oh, ey, ey, was mach ich denn? Ich bin, glaub ich, einfach so aufgeregt, dass ich mit dir aufnehme gerade. Ja, ich glaub auch. Dass ich hier gerade echt, ähm... Och, komm. Och, Mensch, Alter, was ist denn da los, Berge? Ähm, wer... Wie heißt du denn genickt gerade, weißt du was? Äh, ich bin Jesu Master. Du bist sogar auf Platz 1, Alter. Alter, wow! Krass, das ist okay, Alter. Ja, ich hab halt den Problem mit der Aufnahme. Das ist halt einfach, weil man ist einfach immer nervöser, wenn man in der Aufnahme ist. Das stimmt. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ja... Würdest du sagen, so ein geschriebenes Gesetzbuch wäre dafür mal ganz gut? Können wir da vielleicht ein Buch von dir erwarten? Ja, ja, ich hab ja schon ein Buch rausgebracht. Ja? Ja. Wie heißt das? Äh, Buch. Buch, das Buch. Ja, ich hab das, das Minecraft-Buch. Nice. Hast du ein paar Tipps dann und sowas drin? Ja. Okay. Ach Gott, das schaffe ich im Leben nicht. Oh, ich hab's geschafft. Aber jetzt... Ah, okay. Okay, okay. Ähm, welche Unit bist du? Oh, geschafft. Äh, ich bin jetzt Unit 9. Alter! Gerade, gerade reingerutscht. Wieso musst du mal hier... Was ist denn da los, Berge? Ein bisschen reingerutscht. Ah! Okay. Ne, alles gut, alles gut. Ich versuche jetzt einfach schnell aufzuholen, damit wir punktetechnisch auf einem Level sind. Aber ich bin halt gerade auf einem Sprung. Den ich bei Tatütata, den ersten Sprung, den schaff ich nie. Den schaff ich nie. Ach, hier muss ich rein? Ach, Mensch. Warte mal, ich hol mir vielleicht... Oh, da sind aber einige auch Wieselflink, ey. Ja. So, warte, jetzt habe ich hier aber ein paar Bonus-Points bekommen, glaube ich. Ah, jetzt kann ich hier auf das Ding... Huh, das kann ich hier auch noch nicht. Ich bin hier gerade beim Monument. Das ist ganz geil. Ist mit Leidern und so. Ja. Und jetzt? Achso, jetzt muss ich hier und dann... Geronimo! Jawoll. Oh, ernsthaft? Alter! Ja, pick this up. Ist das hier um die Ecke sprung? Aber ich... Oh Gott, hier stößt man sich immer den Kopf bei Baum. Welcher Sadist hat das denn aus deinem Team gebaut? Ich muss doch hier nicht ernsthaft irgendwie um die Ecke... Ich... Ich... Ja, doch, doch. Man muss um die Ecke und dann ist da aber noch... Ähm... So eine andere. Ähm... So eine... So eine Einkerbung, da musst du rein. Ne, ich habe jetzt erstmal die leichteste Version des Moduls hier gerade gewählt. Also sonst hätte ich... Oh Gott, sonst hätte ich es ja nie geschafft. Okay. Ja, das... Die brauchte ich aber auch. Äh... Achso. Achso, die Einkerbung rein, dann rüberjumpen. Ah, okay. Ja, genau. Alles klar, habe ich. Okay. Jetzt bin ich bei Extreme, aber da sind andere Schlawiner, die haben es jetzt glaube ich gleich. Da ist schon einer... Ja, einer ist schon... Ne, du bist immer noch ganz oben. Aber hier würde ich auch dir die leichteste Variante empfehlen. Da... Opfer ich jetzt die Punkte. Oho. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Nein, ich bin da runtergefallen! Nein, ich war so weit! Ha! Ha! Okay. Das kann ich eigentlich ganz gut hier, sagt er als da runterfallen. Okay, okay. Wer ist denn da? Die Kartoffel, die Kartoffelcreme. Nein, Kartoffelcreme! Mann, dass du wegkommst! Ach, ich fall hier immer runter. Birgit, das kann doch nicht wahr sein. Aber gut, dass du auch auf jeden Fall aufgeholt hast. Da sind jetzt aber viele beim letzten Modul. Ah! Wir müssen aufpassen. Ja, 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 ja. Du bist ja direkt neben mir. Hi Birgit! Guck mal nach links! Ja, in der Party sind wir immer nebeneinander. Ach so! Aber du hast mich nach links ge... Doch, ich hab nach links ge... Ich muss... Nee. Ich will das nur schaffen hier. Komm! Du setzt den Erfolg über des Links gucken. Ja, okay. Okay. Warte. Ah! Nein! Was mach ich denn? Was mach ich denn? Wie doof ich bin, Alter! Ich hab einfach... Das war so ein... So ein Flüchtigkeitsfehler. Ich wollte nochmal abbremsen vom Ziel. Ich war einfach... Ich war in der Druckplatte. Vielleicht muss ich mal von der Seite... Vielleicht bin... Ach Gott! Ich... Blackpilz macht das jetzt. Ja. Nein! Oh! Nice! GG! Oh nein, Mann! Okay, wie viele Tokens hast du? 2150. Aber ich schaffte das auch noch, Alter. Wie viel hast du... Oh Gott! 2600. Okay. Krass, Alter. Was ist denn ne gute Strategie? Äh... Also... Eisenrüstung würde ich schon gehen und das Schwert verzaubern. Okay. Ja. Tränke... Direkt Heilung, Alter. Das ist nichts für Peter. Ich brauche ein Eisenschwert. Okay. Du könntest dir... Verzauberst du komplett oder holst du dir noch einen Bogen oder sowas? Ich... Ich werde nochmal verzaubern. Zack, Alter. Jetzt habe ich Schärfe 2, Rückstoße 1. Okay. Okay. Ich... Ich brauche keinen Bogen. Okay. Ich habe nur Schärfe 2 bekommen. Dann nehme ich noch einen Goldapfel. Lohnt sich das? Das... Weil... Ich... Ich werde einen nehmen. Dann noch ein bisschen was zu erinnern. Tränke kann ich mir nicht leisten. Aber es kosten denn Tränke? Verdammt, kriege ich auch nicht. 140, 200. Aber irgendwas würde ich ganz gerne noch haben. Das kostet der Bogen. 100... Ach, kriege ich auch nicht mehr einen. Dann hole ich mir noch einen Goldapfel. Okay. Und noch Steaks. Okay. Okidoki. So gut. This is ready, ey. Alles klar, Alter. Ich hole mir aber noch Pfeile und spiele darauf, dass eventuell irgendjemand seinen Bogen verliert. Oh, du bist weg! Ja, ist normal. Das ist ein kleines Feature. Ach so. Um nicht so ein bisschen zu erschrecken. Weil ich dich... Ich habe dich geflagen und dann... Oh Gott! Aber okay, alles gut? Oh Gott. Ich werde dir schon... Ich werde direkt den Knödel packen. Super viel. Oh, ich bin kurz weg. Du bist der Jesu-Meister, ne? Ja, genau. Ich sehe dich nicht. Ich bin direkt hinter dir. Ach so. Ich sehe dich halt nicht ungenickt. Ich weiß gar nicht warum. Ach so. Das hier? Ja, das bin ich. Du bist Flamm-Flamm-Cookie? Ja, ja, ja. Okay, okay, nice. Flamm-Cookie, warte kurz. Ich muss kurz ein bisschen recken. Ja. Jetzt ruhig, Flamm-Cookie. Nicht nervös sein. Ich bin wirklich... Es ist... Es ist... Sehr ungewohnt gerade. Okay. Lass uns mal ein bisschen nach oben bewegen. Okay, okay. Ich häng mich einfach an dich dran. Okay, genau. Und... Oh Gott! Okay. Oh Gott, von rechts! Oh Gott, von allen Seiten! Okay. Hast du ihn? Da kommt... Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Warte, ich hab den... Okay, okay. Lauf, lauf, lauf! Ja, ja, hinter mir ist Backfisch, hinter mir ist Backfisch. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Okay. Ich hab ihn weggeschlagen. Nice, nice. Danke, 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 danke. Oh Gott, oh Gott! Ich dachte, du hast ihn. Ja, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Okay, nice, 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 nice. Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Nein, 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 nein! Ich bin tot, okay, okay. Okay, warte, ich töte noch schnell Kartoffelcreme. Ich nehm den Goldabfüll, scheiß drauf. Oh, es klingelt on the Tür. Okay. Oh Gott, that's it. Musst du gehen? Ne, 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 ich bleib hier. Ich werde dich nicht verlassen. Achter, achter, da bist du. Okay. Ne, ach, Kartoffelcreme ist ja ein anderer. Ah, Mann ey! Das ist im grünen Bereich. Ich hab noch ein... Boah, ich hab hier ein schärfes Vierschwert! Was? Ja! Okay. Junge! Ich guck mal, ob ich die finde. Wie OP? Okay, krass. Hast du... Dann gib mir mal deinen Zweierschwert. Ah, ja, 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 genau. Hier. Ah, ne, ne, warte, das ist meins. Nimm das andere. Ah, ne, warte. Oder nimm du doch das. Was, was? Ich nehm jetzt einfach das hier, das passt schon. Okay, okay. Ja, du, du, ich häng mich jetzt einfach nicht ran. Ich hab nur noch ein Leben. Ach so, okay. Dann geh ich vor, ich snap mir mal einen Apfel. Und dann räumen wir mal auf hier. Da vorne sind die beiden. Die braten sich noch. Ja. Ja. Ich guck mal, ob das von hinten niemand kommt. Und du klärst das. Oh Gott! Die haben mich richtig hart runtergekickt. Oh Gott! Junge, wie hat der mich denn weggerackt? Okay. Es heißt wieder finden. Oh Gott, da hinten, okay. Da hinten ist ein Team. Bist noch da? Alles gut? Ah, Hilfe, Birgi! Wo bist du? Die töten mich. Wo bist du? Ich hab gar... Ich bin hier... Oben? Ich seh dich. Nein, Palle! Palle! Ja, ja, ich hab Backfisch gleich. Ich hab Backfisch! Okay. Sauber! Junge, du bist eine Maschine! Vorsicht! Ich muss einen Apfel essen! Der kommt da wieder! Kartoffelcreme! Okay, okay. Ich guck mal kurz, ob ich von ihm noch irgendwas bekommen hab. Aber hab ich nicht. Geileres Schwert? Alles gut. Ich warte noch kurz, dass ich ein bisschen vollgereckt bin. Ich hab noch die zwei extra Herzen. Okay. Von links luschert einer rein. Hier der Grieferboss. Die haben auch nicht so eine gute Rüstung und so, ne? Aber guck mal, lass die mal streiten. Oh, oh. Gucken wir mal. Komm, wir ramsen da rein. Komm, wir ramsen rein! Okay! Wuuu! 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 Kartoffelcreme! Ich kriege nicht Kartoffelcreme! Oh, da ist Kartoffelcreme gekürzt! Ich hab ihn, ich hab ihn! Ja, sauber! Oh Gott! Nein, nein! Was schlägst du mich denn? Du Arsch, Alter! Oh Mann! Du mieser Penner! Du mieser Penner, Alter! Ich hab ihm vertraut, Paluten! Ich hab ihm vertraut! Lege dich niemals mit Evil P-Tizzle an! Ja, 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 ja. Leute, das soll's gewesen sein. Besseres PvP gibt's bei dem lieben Paluten, der auch ganz gerne mal im Krieg so seine Kampagne aus abschlachtet und abstaubt. Aber, äh, trotzdem vielen Dank, dass du dabei warst! Gerne! Ansonsten bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ups! Tschüss! Oh, warte! Wuuu!